Das ist unsere erste Reihe hier. Das ist die Suha, sehr konzentriert. Ja, du bist gewohnt, aber davon bist du nicht. Stimmt, direkt zieh mal auf. Und wer ist das hier? Stell dich mal bitte vor, liebe Frau. Ich bin Selda. Selda, und das ist unser Robin, unser Hühnerzüchter, das ist Dominik und Marcel. Geh weiter. Das ist unser Dalmisch, wie geht's Ihnen heute? Er ist sehr kurz, ich sag's euch. Hier ist Ben hier, ganz süßer Typ. Wie geht's weiter, geht weiter. Unsere Göste, guten Tag, einmal winken. Unsere Lisa, auch einmal winken. Unsere Lena. Unser Klassenschwarm. Ich weiß, das ist ganz böse. Unsere Angelina, sag mal hi. Und unser Raphael, unser Pole. Und unser Rando. Ungarn. Fede, du Bastard. Auf Fischsee. Ich weiß hier, ein ganz schlimmer Finger ist das, du. Der Rando. Und unser Norulay, der Süße. Sag mal hi. Hallo. Tschüss für uns. Das ist der Christopfer. Hi. Und der Klassiker auch. Und das ist der Seljuk. Ey lasst mal gucken, ja. Erst mal. Nein, nein. Nein, nein, nein. Bis zum nächsten Mal.